Bin ich dran? Mein Name ist Jochen Neerpasch. Hans-Joachim Stuck. Hi, I'm Andy Prio. Mein Name ist Johnny Cecotto. Mein Name ist Marc Sura. Geht schon? Hi, I'm Augusto Farfus. I'm Roberto Lavaglia. I'm Alex Zanardi, a big optimist. Ja, Harald Groß mein Name. Schönen guten Tag. Ich war von 1972 bis 1980 zunächst einmal der Gründer und später auch der Geschäftsführer der BMW Motorsport GmbH. Three times World Touring Car Champion. Brasilian. Und ein BMW Driver. Ich war ein BMW Junior und später auch noch Rennleiter. Hallo, mein Name ist Rainer Braun. Mein Name ist Thomas Girst. Uwe Mahler. Hallo, ich bin Bruno Spengler. War DTM Meister in 2012 zusammen mit BMW. Albert Biermann. Hi, I'm Joey Hand. Grüß Gott, ich bin Charlie Lam. Ja, mein Name ist Dieter Quester. And I'm from Sacramento, California. Immer Vollgas und nur Benzin im Blut. So, mein Name ist Hebe Schnitze. Ja, hallo, mein Name ist Jörg Müller. Ich bin der Klaus Ludwig. Mein Name ist Tubert Hane. Hallo, ich bin Timo Glock. Mein Name ist Jens Marquardt. Ich bin BMW Motorsport Direktor. Mein Name ist Steve Söper. Ich bin glücklich für eine der geilsten Marken der Welt zu fahren. Hallo, mein Name ist Joachim Winklihock. Hallo, mein Name ist Marc Hessel. Ja, ich bin Markus Österreich. So, mein Name ist Prinz Leopold von Bayern. Hi, ich bin der Marco Wittmann. Und ich bin derjenige, der den M3 mit dem letzten Sieg in Hockenheim ins Museum geschickt hat. Ich freu mich jetzt nicht zu sehen. Es ist los, das ist gut. Ja, okay. Ja, okay.